was geht youtube und herzlich willkommen zur zweiten folge road2pro in fortnite ich hoffe die folge gestern euch gut gefallen dabei ist heute natürlich wieder der sweezy checkt noch sweezes kanal ab der ist nämlich mit dabei und bald werden wahrscheinlich auch die ersten special guests dann dazu kommen okay darf ich mal stimmen wo wir hingehen? ja kannst du gerne machen darf ich das machen? ja darfst du okay lass mal zu aber bitte kein skurrilen ort lass zu tilted towers gehen okay da war ich noch nie digga ich hab so gerotzt digga warte mal alter fuck ähm ja lass raus digga ja ok let's go oh mein gott digga ich wette das wird da so viel action sein wir werden so in 10 sekunden tot sein ja man es wird so geil digga let's go ich muss noch dieses jumpshotten und so checken alter ja fahrst du ja ja natürlich hab ich einen skurr 5% mit squad scorpion im übrigen falls du es nicht wusstest sweezy ja ich glaube mit 10% kriegt man bei sweezy digga na das glaube ich nicht digga lass uns direkt hier vorne bleiben diese dreieckigen häuser oder ja das erste das erste das erste das erste das erste sieht aber echt nice aus digga ja man so ein bisschen so modern alter digga wie viele bastarde kommen hier runter ja sag ich dir digga hier ist die oh mein gott digga wo bist du im haus? hier jobbt auf jeden fall noch eine andere im haus oh mein gott oh mein gott ich hab direkt eine blaue mp warte ich hab nur ne pistol ja wie ist das hier aufgebaut hier ist noch ne pistol wow das ist so hoch digga okay das bist du weis irgendwas anderes außer ne pistol bist du obendrauf gelandet ne ne ja ja doch wo ist ne ah hier ist ne kiste hier ist ne kiste warte irgendwo hier ist ne gegner aber ich weiß nicht wo gerade so jetzt muss ich bauen mal lernen also so ja ok jetzt muss ich baumodus verlassen ok wow die kiste war echt nicht so gut man absolut gar nichts egal aber langsam komm ich bisschen rein baust du hier grad was ab ja ja ich weiß nämlich grad nicht hier waren so viele gegner digga das ist ich weiß nicht die sind alle verteilt ich bin auch oben aufs dach und dann von oben halt schauen bist du hier grad oben im haus drin digga ja ja bin ich ich geh mal kurz oben aufs dach und schau wie die situation hier von oben aussieht hast du ne ar ja aber nur die weiße ja und hier sind schüsse ne im südwesten bis westen links neben uns sind auch safe gegner ja ich weiß hast du ne shotgun ne man ne mp ne blaue und granaten digga wenn du mir sagst wo ich eine hinschmeißen soll ich hab auch 6 stück aber da liegen sich grad nicht halt hinten ich seh was lilanes in der garage hier rechts also auf b weil hier runterspringen ist tödlich oder ja ja ich weiß ja aber ich sag ja nur da ist ein gegner auf jeden fall er läuft jetzt glaube ich rüber auf das andere haus warte also ich guck auch da hinten ja da hinten ja 27 27 27 oh mein gott digga let's go wie du ihn gefickt hast digga so die hunderter prezzi nice ja lass dich hier runter gehen oder ja ich will dieses lilanes haben ja willst du runterspringen oder was nein nein ich geh so runter da aber wenn jemand halt mit einer shotgun gang hat kommt das ende im gelände so ja das glaub ich dir digga ich komm mit dir mit welche garage denn ich geh so ich den looten den typen ne warte kurz lass zusammenlaufen warte soll ich naiden den loot ob da jemand wartet ist oh ne scheiß pistol da hat jetzt voll viele sachen der typ digga sein teammate war das hier hundertprozentig irgendwo nein der war direkt down ach so war der direkt down ja ja ich sag digga ich sind zwei ja warte ich sag ja wo genau warte warte ich komme ich komme direkt neben dem loot ich werde direkt über einen nation wir sind direkt hier digga ich bin tot mein gott digga oh mein gott er ist so weak digga werf nades in hab einen hab einen pass auf der andere ist auch hier direkt um die ecke ja ich würd was bauen aber ich hab grad nichts zum bauen er ist um die ecke er guckt er guckt er guckt die ganze zeit um die ecke da ist noch einer auf dem dach hinter ihm der wird ihn töten der wird ihn töten der hat auch nicht geschossen anstatt auf den anderen schießen ne er schießt er nicht aber ich glaub danach hat er auch erschossen ok gut aber erst ne kleine warmuprunde ich denke mal ich denke mal das klappt schon irgendwie digga ah ich sehs da hinten schon ja ok da wollen auch andere hin ne ne digga ist aber unser gebiet da dürfen nur Promi-Darts-Weltmeister und Leute hin die da anwesend waren dem Abend das hab ich auch gehört digga kam auch grad so ne Einmeldung bei twitter von fortnite raus ja boah digga die leute wie die hier landen wie so meteoriten digga boah wie viele hier sind ja ok das wird echt belastend oh mein Gott ja ich geh direkt ja bei diesem Turm hier geh ich runter ja ok perfekt ich darf mich auch nicht treffen hast gechokt ne ne ok hier ist auch ein Gegner schnell ich brauche ne Waffe sonst ich hab nichts drin hier in dem Haus ich baue mich jetzt runter ja ok ich hab ne Billow Shotgun ist es ein Gegner ich hab nichts digga gar nichts ja ich treff ihn nicht mit der scheiß Shotgun nein halt an er ist er ist Usain Bolt er ist so schnell ich hab sowas noch nie gesehen ich hab nichts gefunden gar nichts endlich down digga in dem Haus ist nichts ja der Mate kommt der Mate kommt wow lauf Dennis lauf Dennis ist vorbeigelaufen er ist vorbeigelaufen da ist ein Gegner mit ner Shotgun drin ich hab nur ich kann nicht mal ja er ist bei mir er ist bei mir ja er hat mich ich hab 90 abgezogen er hat nur noch 10 Leben ja er schießt mich ab hmmm ja ich bin tot ich kann ihn erschlagen ja ja ich sag doch er hat nur 10 Leben gehabt ja ich geb ihm wirklich ich schlag ihn halt wirklich mit einem Schlag tot so lächerlich man er war 2000 geboren der Typ man echt wie jung kann man sein ja ich trache alter halt ich geh wieder dann extrem absolut rein halt weißt du ja ja easy ja jetzt ein timing easter auf jeden Fall boah digga ich hab ihn sogar glaube ich fast geholt den einen aber King Bartu ist besser als ich ja Killer Bartu sogar Ach Killer Bartu Entschuldigung okay lass ähm runter nach Pleasant Park jetzt direkt okay easy oh mein Gott digga hier sind so viele wie hier runter gehen wir gehen aber alle zu diesen Türmen glaube ich also die meisten ja wir gehen hier alle in die neuen Städte aber das Pleasant Park ist das äh ach schon das ist alt schon ne ja ja das ist alt ja krass wie die einfach so die neuen Städte in die Karte integriert haben ja ich dachte es kommt aber in eine komplett neue Map raus aber ist auch schlau was die gemacht haben ja ja okay lass direkt hier unten lass hier unten längs bleiben oder ja ok können wir machen hier in das Haus mit dem ja das was die langs oben also hier links Gah oder ne Pistol Gah Juhu let's go das wird jetzt der win direktes Gah ja grüne Shotgun ok gib mir mal wehs irgend ok brauchst du Shotgun? ne ich hab ne normale halt aber die ist scheiße da warte wer warte ga ich jog dir dann die andere tremendous dann lass direkt rüber laufen hier warte betracht ja warte Psssss ich dachte hier ist drin wenn du das auto kaputt machst das wird glaube ich ganz deutschland komm mal rüber digga warte ich hole mal ein bisschen easy holz ok auto ist auch da ich glaube hier ist kein gegner drin ne ist auch nicht baut man metal langsam aber ich sehe in den videos nie die leute metall bauen oder so ja bis es fertig ist dauert es schon länger ich sehe halt noch kein erwarte warte dann lass hier hoch aufs gebäude das nach oben bauen die gerade da oben bauen die gerade ja ich bin auch jetzt hier oben auf dem haus und hier sehe ich sie perfekt und links neibt irgendwo gegner deswegen habe ich schiss bisschen so von drüben sind die hin digga einfach verschwunden niemals drüben ist halt ein scheiß abgefuckt der sniper wie kann ich mich denn jetzt ducken eigentlich digga wenn jetzt oben links hier ist ich weiß nicht mehr wie man sich drückt ich weiß auch gar nicht doch R3 einfach lol wie bei CAD ich bin jetzt hier im haus bei denen ja meinst du die sind hier noch hier ist noch ein trank warte ich verschritte mit mittlere straße warte ich bin direkt über ihm ich sehe wie ein toter winkel mann ich hasse es hier unten hier hier er kommt hier hoch wo du hoch wo du gebaut hast hilfe ich bin so weak digga er ist so one bullet abhin ok ist er tot oder eliminiert er war direkt da also hat er einen trank ach hier war noch ein trank ich brauche einen trank ich brauche einen trank also pass auf mit visier ist halt manchmal voll chock wenn man so nah dran ist ja visier ist nur für weit digga würde ich niemals nahkam benutzen nahkam ist eh immer shotgun beste ich sehe hier halt grad nichts ey von wo ey von drüben warte 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 ich hab ich warte zwei ja aber ich hab einen guten Blick auf sie einen hab ich ja ja ich push ja ich geh von der anderen Seite ich geh von der anderen Seite ja lass warte ich werd granaten hoch ey es fuck nein nein ich kann nicht bauen warte 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 ja ich hab so geschaut hättest du gesehen was ich gemacht hatte du hättest meine Hände aufgegessen ja er ballert mich aus wo musste denn evil duck 2000 ich hab keinen bock mehr digga du musst dir die Szene anschauen wie ich verkackt habe nur weil ich nicht bauen konnte weil da wieso patchen die das auch neu ich hab easy den Ganfett geholt easy aber ich verdrück mich und bau auf einmal so eine scheiß Pyramide dahin digga nice ich hab vier Leben oh man wieso sterbe ich alter oh mein Gott digga ich hättest du gesehen wie ich gestochen ich war auf ihn drauf naja ist egal ja ist halt scheiße ja digga ich komm nicht klar mit dem neuen Bausystem das Ding ist hier ist noch einer ne vielleicht findest du jetzt eine Lootbox digga das Ding ist ja wenn er mich jetzt anguckt hat er da siehst du da nen Verbandskasten oder so ne ich muss mich halt eigentlich instant heilen digga muss ich kaputt machen ne mhm die Eck so eine Granatevergut ne ne ja doch doch übel okay warte oh mein Loot digga okay warte warte oh mein Loot digga er muss sich nur anschauen und bist tot ne ich muss mich halt eigentlich instant heilen digga muss ich kaputt machen ne mhm die Eck das Ding ist ja das Ding ist ja sogar noch einer soll ich das so lassen ja ne besser als die grüne Eier ja ich kann dein Dings nicht sehen achso achso okay ich hab halt ja deswegen ist der eine Gegner ist hier halt safe ne wie ist die Zone ich kann das auch nicht sehen übel zweit weg ne soll ich die Sniper nehmen ne snipen kannst du eigentlich nicht ich bin die Verbände einfach ja dann ist die blaue Eier warte du wirst mit der blauen Eier nicht schießen digga immer die lilaner benutzen stimmt das nicht aber jetzt kann ich sie eigentlich wieder nehmen dann haben wir nur zwei Verbände oder was ja belasten digga der Typ ist hier halt noch da ist noch irgendwas dahinter wo gebaut wurde ja ich weiß oder der wurde von der anderen Seite erschossen und das ist sein Zeug Granatwerfer ist einfach wie so ne Granate ne die geht dann einfach hoch ja also er ist ja also wie so ne normale Granate ja hat er oben zu einer auf dem Dach warte da ein digga doch da oder ah da zwei zwei ja ist echt belastend er hat sich auch gesehen oh die haben einen Sniper oder ja die haben einen Sniper belastend wird so ein weglaufen ja perfekt oh Gott oh die Zone ist so gut ich bin immer noch in der Zone ja jetzt seh ich sie auch rechts Karte Top 20 digga mit Campen wenn nicht dann hau einfach in den Busch ich mein sah ans der rechte der sieht eigentlich ja der ist zwar nicht auf der ich glaube ich da oben ist das ein Gegner da rote ja nein nein ja oder setz ich einfach in den Busch da der sieht echt Geschmack der hier ja einfach so reinsetzen ja perfekt jetzt einfach warten digga ja Top 20 bist du digga Applaus ja let's go ok aber ich will bisschen noch ja der sieht noch besser aus glaube ich da hinten da hinten macht der da hinten man ich habe ihn halt 45 46 habe ich ihm gegeben ja komm komm der Sniper ich würde eine Treppe immer bauen digga damit du halt so ein Headlitch immer hast weißt du ja egal von wo einfach immer Treppe bauen ja jetzt bin ich sowieso so gut wie tot du bist und überall sind Gegner ich mein es ernst überall wurde gebaut da hinten was soll ich machen digga Buschoption oder lauf weiter auf den Berg da hoch von oben hast du eh eine bessere Position also hinter dir ist ja ein riesen Berg oder nicht das Ding sie schießen alle nicht auf mich das war gut digga 12 Top digga top 12 ist schonmal safe ich sag ja digga mit 21 Leben und 2 Kills digga egal warte einfach ja digga let's go vielleicht sind zwei Bänder drin warte ich muss hier digga warte mal warte mal die Zone killt mich fast wenn ich jetzt hier bleibe ich muss zurück ok wenn ich jetzt bauen könnte nein ich habe kein Material soll ich bauen abbauen ja bauen einfach kurz bisschen was ab ok 2 3 aber 3 kann ich nicht bauen oder doch 3 kann ich bauen 1 müsstest du vielleicht noch ja jetzt kannst du rüberspringen ok ok top 11 aber jetzt top 10 aber noch da unten ist einer 10 denkst du das geht ja ne ja das ist halt übel schwer weil ich nicht weiß wo ich hinschießen muss ich check das noch nicht das Ding ist ich mag die eh nicht diese blaue links ist absolut einer von dir gestorben digga wie da siehst du nicht den Loot das ist ein Medikit achso das ist ein Medikit dann nimm das mit und heal dich erstmal ey da ist ein Gegner neben dir direkt in diesem Gebäude ist ein Gegner ist dir schon bewusst ok ist mir leider nicht bewusst ich habe dir die Ding in Scar da gelassen als was warte digga direkt daneben ist ein Gegner drin soll ich mit Granatenwerfer da hinschießen jetzt ja pass auf dass die nicht zurückkommen hier dass du noch lebst ein Wunder ich mein es ernst ein Wunder ja ich seh ja der looted gerade 2 ja komm 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 Piro neiiiin ich habe den anderen sogar eliminiert ne den äh Dingens ja hast du auch ja ich weiß auch für oh fuck du hättest nicht Dings du darfst nicht in Gunfight mit dieser scheiß blauen gehen ja das war das Problem ja das war das Problem digga fuck hättest lieber Shotgun nehmen sollen oder das GH hättest du ihn easy geholt ich mein es ernst aber das war jetzt welcher Platz ähm Platz 8 ne 8 da 8 sogar let's go digga also ich würde sagen es hat sich ein bisschen was gesteigert zur ersten Folge wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like dafür da für mehr Fortnite abonnieren auf jeden Fall ich hätte es am Ende sogar noch ein bisschen besser hinkriegen können ich hätte ja beide gehabt dann wären es nur noch 6 gewesen ja boah belastend digga ja wär echt nicht gestorben du musst es dir echt anschauen wenn du meinst online kommt wie ich gestorben bin das ist ja so peinlich eigentlich ok ich freu mich schon ok Leute lasst einen Like da ich bekomme immer mehr Bock auf Fortnite bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao